Da bin ich gespannt. Gehen wir mit der Bahn die zweite Chance? Ja, klar. Das war doch eine gute Idee. Aber Troy rammt mich halt auch. Das habe ich die letzten Male, als wir es vorhin fahren, auch extrem gemerkt. Der Lift ist irgendwie langsam. Mal gucken. Kopf fahren wir da hinten, ne? Kopf fahren wir auf der anderen Seite, ja. Aber was ich war, bin ich auf einmal hier. Ja, fahren wir nicht gerne hin. Wir verwenden Heier und Sonnen auch noch nicht auf. Und der Boomerang auch nicht. Gehst du an? Ja, klar. Das ist ja auch gerade richtig. Okay, egal. Das ist gut. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Nichtfache. Machheres. Ah! Wow! Ah! 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 Oh 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 Woah Also ich weiß er nicht was er und blut Oh oh Eijeij Joe Die quirste nie wirklich in Sicherheit Einen Wimper ist lustig TV Airtime ist geil Aber nicht hier Ich ojos nichtще Ich habe meine triple ch pesten Aber sonst super. Also plötzlich total kacke, aber die Eltime ist klasse.